Alles klar, es geht los. Es ist Deathmatch auf der kleinsten Map, die ich kenne. Wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, die kleinste Map. Ich habe schon gleich am Anfang zwei Gegner direkt vor mir gehabt. Unglaublich. Es wird relativ schnell gehen. Es gibt mir schon 15 Kills. Im Moment führe ich. Ich habe, glaube ich, drei Kills. Einmal gestorben. Aber ich glaube, es werden nur die Kills gezählt. Mal sehen. Da hinten ist niemand. Ich weiß nicht ganz genau. Geil. Gerade hat er mir noch meine Einladung geantwortet. Einladung geantwortet. Vorhin verschickt er. Noch vier Kills. Mal sehen, ob mir jemand mein Rekord noch brechen kann. Ich mag es mal zu bezweifeln. Geil. Nein, er hätte mich auch noch gekillt. Aber okay. Fünf Kills. Oh, die sind knapp, knapp, ey. Vor allem, der eine, der mich gerade umgebracht hat, hätte mir noch ein Kill gebraucht. Hätte mich eingeholt. Gut. Die zweite Runde. Oh, der eine ist schon wieder rausgegangen, der macht kein Deathmatch, sieht so aus. Keine Ahnung. Der hat jetzt fünf Kills, ich habe sechs Kills, ich kann das zusammenziehen. Nichts, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon, ich weiß schon. Ich muss mich aufpassen. Ich schau mich schnell an, ich sollte am besten ein Kill. Ah, kack. Ja, okay, aber der ist auch gestoppt, der andere. Aber der andere hat jetzt auch fünf Kills, der eine. Und der, ich weiß nicht, der müsste jetzt 4 oder so haben. Ich höre, um es aufzuzählen, wird einfach gewinnen. Nein! Jetzt hat er mich überholt. Ja, jetzt sind es wirklich mit Creme de la Creme drin. Ja, jetzt sind es wirklich mit Creme de la Creme drin. Ja, jetzt sind es wirklich jetzt gerade mit dem Sautigein drin. Jetzt bin ich wieder. Habe ich jetzt gerade mit zwei Kids jetzt wieder in Führung reingeholt, wenn man richtig wurde. Alles klar, jetzt geht's ab. Turn it up, turn it up! Oh, das ist ein Wichser, ja. Ein Kill noch, das kann keiner mehr einholen, ohne Mist. Das kann ich jetzt genauer. Ja! Aaaaaah!